hallo liebe freunde der muralkunst heute bin ich in bonn um euch dieses wunderschöne moral zu zeigen was wirklich schwer war zu recherchieren wo es überhaupt ist weil im internet ist es an sich nicht zu finden wir haben es einmal auf insta gesehen und dann stand da köln und wir haben recherchiert und recherchiert und recherchiert und köln wir haben es dann nicht gefunden aber an meiner seite in meiner crew ist ja die street art perle und die hat dann gesagt das ist gar nicht in köln in bonn und dann haben wir gesehen da ist es warum es nicht im internet zu finden es ist wahrscheinlich dass die diejenigen die das fotografiert haben nicht zeigen wollen dass sie hier ist nämlich der puff sich in dieser region aufgehalten haben wir zeigen das weil das moral finde ich ist sehenswert und das sollte man auch ruhig mal zeigen und wir hoffen ihr habt auch viel spaß damit wir wünschen euch eine coole zeit bis demnächst mal